Kleines Statement und Entschuldigung, ich werde mich auf diesem YouTube-Kanal nicht mehr zum Thema Asche und Mäus äußern. Meine Intention war es nie Fitma, unnötig Hetzen etc. zu betreiben, sondern das Gegenteil. Menschen zum Lachen zu bringen. Von Anfang an, noch vor über einem Jahr auf meinen anderen Kanal, der gesperrt worden ist, wollte ich Leute zum Lachen bringen mit aktuellen, aber auch geklauten Mimis. Es ist kein Geheimnis, dass die geklaut sind. Vor gut 1-2 Wochen kam dann der Be-Ev zwischen Mäus und Asche. Der Be-Ev war es präsent und brachte gute Mimis zu sich. Da Mäus aber Asche als Pole betitelt hat, was aber nicht stimmt laut Asche, da er tschetschenische Vorfahren hat und sich damit identifiziert, wollte ich mich zu einem Mich bei Asche entschuldigen für das eine Video, aber auch sagen, dass ich nicht mit diesem Video Fitma anfangen wollte, sondern Leute zum Lachen bringen wollte. Das Video Mäus löscht Kommentare hat genauso wenig auf meinem Kanal zu suchen. Es ist, mehr oder weniger, ein Beweis und kein Mimee. Ich hab auch dafür meinen berechtigten Harte bekommen, auch wenn es von Mäus-Fans kam und nicht von meiner Community. Mit den Beiträgen kam dann immer mehr Fitma, den ich eigentlich nicht machen wollte. Auch wenn ich beide Seiten gezeigt habe, gehört es nichts desto trotz auf meinen Kanal. Man sollte außerdem als Außenstehender nichts dazu sagen und seine eigene Meinung bilden. Ich hab jedoch, und es ist ein Fehler von mir, drei Videos-Beiträge gegen Mäus gemacht und eins gegen Asche. Auch wenn es zwei gegen Mäus und zwei gegen Asche wären, wäre es immer noch dumm von mir, weil der Algorithmus nicht jedem alle Beiträge anzeigt und nicht jeder auf jedes einzelne Video-Beitrag klickt. Allgemein hat das Thema eine gespaltene Meinung. Die einen glauben das eine, die einen glauben das andere. Bringen wir das Thema auch zum Punkt, es kommen keine Videos-Beiträge mehr zum Thema Mäus und Asche. Das Thema ist komplex und zeigt viele Seiten. Es hat nichts mehr mit Mimes zu tun. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, für meine Fehler die ich gemacht habe. Es war sehr dumm von mir, das zu posten ohne drei bis vier Mal darüber nachzudenken. Dann noch meine Meinung dazu sagen war ebenfalls nicht korrekt von mir, weil viele Probleme haben, eine eigene Meinung zu bilden. Vor allem dann, wenn sie alles nicht sehen. Zudem möchte ich mich bei einer Person mehreren Personen entschuldigen, die mir vorgeworfen hat haben Fitner zu machen und ich das bestritten habe. Mir ging es zu diesem Zeitpunkt das ganze Thema auf den Sack und ich musste jeden Einzelnen erklären, wie die Kommentarfunktion funktioniert. Es tut mir leid, an jeden Einzelnen und vor allem für meine Community, die ich nicht den Konten geliefert habe, den ich zu mir selbst versprochen habe. Ich sollte meine Reichweite für sinnvollere Dinge nutzen. Es ist aber so gekommen wie es ist und ich kann es nicht mehr umkehren. Ich versuche, die Reichweite die YouTube mir bietet, für bessere Dinge einzusetzen. Ich weiß nicht wie und wann es zum Einsatz kommen kann, aber die Zeit bringt alles. Ob ich die Videosbeiträge lösche? Nein. Es sind Fehler die ich begangen habe und dazu stehe ich mit meinen Namen. Ich werde jedoch auf keinen Kommentar mehr antworten unter den Videosbeiträgen. Höchstens werde ich Kommentare löschen, die Hassrede bzw. Beleidigungen enthalten, falls sie von YouTube nicht automatisch runtergenommen werden. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich Kommentare lösche, die gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. Wie es weitergeht? Ganz normal. Es kommen jeden Tag um 15 Uhr Mimis. Eventuell zeitgleich auch ein Beitrag. Es werden aber, wie vorhin genannt, keine Videosbeiträge zum Thema kommen. Ich hoffe ich muss nicht nochmal so einen Text verfassen, nicht weil ich keine Lust habe, sondern weil ich mich bei meiner Community wegen meinen Fehler entschuldigen musste. Wir sehen uns und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bei Fragen könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, Ich versuche möglichst alle zu beantworten.